ja das war meine letzte folge die gar nichts war ja wir sehen uns sind wieder am starten bei fuck by primal und dann gucken wir mal bei unserem freund vorbei der vielleicht was hat ich bin wieder ruhig und wir werden ja mal unter drogen gesetzt weiter mal hier jetzt die vision des feuers finde die größte angst ich zieler gefunden vielleicht hilft das ja beim erobern die sila kratten war ja kratten war vor allem die zieler gefürchtet hatte zwei gedrückt drückte er zwei meine mutter feier abzuschießen die zorn der sonne zu fest und 5 gegen uns vorher von karte aufzulein Einen mächtigen Treffer für den nächsten Schuss zu erhalten. Nach dem dreifachen Fall angegriffen, wächst du wieder zum Meteor-Pfeil. Okay. Das ist gut, wir werden immer wieder... Dann werden wir vollauf wieder aufgeladen. Dann werden wir voll aufgeladen. Dann werden wir voll aufgeladen. Dann werden wir voll aufgeladen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, den Mond zu schlagen. Also das Ding, was da oben rum. Oh, da warte ich jetzt. Oh, da müssen wir hier weiter. Oh, da müssen wir hier. 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 Ah, das war so ein Dreifachschuss. Oh, da müssen wir hier. Untertitelung des ZDF, 2020 So Habe ich es jetzt beide kassiert? Ja, schau mal Und ich verraff das jedes Mal diesen scheiß Dreifachschutz zu setzen Und ich verraff das treffer versenkt sie müssen ein dreifach schuss sehen und es heißt da erst mal Isola töten und dann ja, aber wir haben es geschafft kaputt die Vision des Feuers haben wir abgeschlossen die Schannscha, Zuschalheim, Spacham. Nein. Hackies, Hackies, ja. So. Und nun? Eine weitere Fähigkeiten haben wir freigeschaltet. Okay. So, Sammeln für Überlebensfähigkeiten hätten wir. Okay. Okay. Das ist nämlich gar nicht mehr so schlecht. Oder hier. Bist du? Das verlorene Tod, denn wir haben eine Mission für, äh, nochmal bekommen. Wo sind die überhaupt? Oh Gott. Dort kommen wir nicht. Das ist das Ding. Okay, dass es gut ist. Ja, Fähigkeit schwer. Wir haben immer noch schwer, okay. Na gut, wir haben ja nicht mehr so viele, ne? Mittel. Mittel. Schwer, also wir haben ja kaum noch leichte Sachen. Ein bisschen dorthin. Dort ist wieder so ein Vendia links. Da kommt das mal raus. Warte, doll. Die Story ist ja jetzt, ohne ich eine Mission anfange. Die wieder... Mache ich halt sowas. Kurz um die Mission hier. Ich hab das selber auf die Reihe bekommen. Und ich war nicht schnell genug bei euch. Okay. Jetzt muss ich doch wieder darüber. ... Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war ein verlorener Totium. Eigentlich wollte ich die Mission jetzt nicht da anfangen. Okay. Das war's für heute. Die ist tot. Guck mal hier. Nummer 1. Das Problem hat mich jetzt natürlich gekostet. Ich hab wieder ein bisschen aufzuraulen. Ah, war mir fast klar. Das war's für heute. Er ist tot. Ich muss Holz nehmen. So leben's einfach, dass hier jetzt alle miteinander, bis hier alle rumgrannen. Okay. Das war's für heute. Der erste ist tot, der zweite auch. Tote Stücke. Und wir haben's geholt. Wir haben's also doch noch gemacht. Zwölf Prüfung. Das war's für heute. 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 Ich hab's noch ein bisschen aufziehen. Ich hab's noch ein bisschen aufziehen. Ich hab's noch ein bisschen aufziehen. Gut. Aber dann würde ich sagen, danach machen wir mal einen kleinen Break. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Ähm. Far Cry Primal. Bis dahin. Und tschüss.